Es geht um eine Erfahrung, die man wirklich nur in der Ausstellung machen kann. Ich glaube, das ist auch die Aufgabe der Ausstellung, außergewöhnliche Erfahrungen zu ermöglichen, die man sonst nicht machen kann, die man nicht am Computer machen kann, die man nicht im Kino sehen kann, sondern die man wirklich vor Ort erleben muss. Die einzige Sache ist, die Erfahrung zu erleben. Und die Erfahrung war so stark, dass ich mich fühle, dass ich mit der jungen Performance-Generation habe. Ich finde die Erfahrung sehr wichtig. Ich versuche, alles, was ich kann, weil ich sehr glaube, die Präsentation des Artes, die als Art ist. Arbeit ist nicht ein Gespräch, wenn die Leute bei irgendwas reden, sondern diese Arbeit ist ein Fokus auf dich. Wenn jemand erzählt von seiner eigenen Erfahrung, dann kommt das eher rüber. Als wenn man so objektivieren, mit dem Objektiv einer Kamera es da draufhält. Das ist eine Art für alle. Art für alle. Wir sagen zu unseren Jungen, wir wollen uns ein Moral sein. Und sie sagen, wir wollen uns ein Moral sein. Wir sagen, das auch. Ich denke, es ist ein Schmerz, dass Art so sehr liet, heute an die Idee von der Wert und der Objekt, die man sich auf einen Ort befinden kann. Es ist ein bisschen schauen, aus einer anderen Weise. Und es ist auch, dass es andere Möglichkeiten gibt. Untertitelung. BR 2018